Johann Matthias von Malschitzky war ein preußischer Generalmajor sowie ab 1799 Chef des Infanterieregiments von Klingo Ström. Leben Johann Matthias entstammte dem hinterpommerschen Adelsgeschlecht Malschitzky. Seine Mutter war ein Geborene von Gotzkowski. Malschitzky war seit 23. Juli 1750 Kadett in Berlin und wurde dann am 26. Juli 1756 als Gefreiterkorporal im Infanterieregiment von Itzenplitz der preußischen Armee angestellt. Im Siebenjährigen Krieg wohnte er den Schlachten von Prag, Lobositz, Orsbach, Hochkirch, Kay und Maxen sowie dem Gefecht bei Schmiedeberg bei Vor Hochkirch und erneut bei Kay wurde er verwundet, beim Überfall auf Maxen geriet er in Gefangenschaft. Malschitzky avancierte während des Krieges 1758 zum Fähnrich und 1759 zum Säkon der Leutnant. Zum Premierleutnant wurde er 1765 befördert, wurde dann 1773 Stabskapitän und schließlich 1777 Kapitän und Kompaniechef. Als solcher machte er den Bayerischen Erbfolgekrieg mit und nahm am Gefecht bei Weißkirch teil. Seine Beförderung zum Major erfolgte 1786, gleichzeitig wurde er Kommandeur des Grenadierbataillons. 1786 avancierte er zum Oberstleutnant, wurde 1795 zum Oberst befördert und 1796 Kommandeur des Infanterieregiments von Arnim. 1799 ernannte ihn König Friedrich Wilhelm III. zum Chef des Infanterieregimentes von Klinkoström und beförderte ihn im Mai 1800 zum Generalmajor. Malschitzky nahm dann 1806 noch am Vierten Koalitionskrieg teil. Die mittierte jedoch gesundheitsbedingt im darauffolgenden Jahr und erhielt infolge des Friedens von Tilsit nur die halbe Pension. Eine erneute Verwendung 1809 wurde ihm negativ beschieden. Malschitzky hatte sich am 15. Oktober 1786 in Berlin mit Henriette Charlotta Katharina Sohntag verheiratet. Aus der Ehe gingen folgende Kinder hervor. Johann Maximilian Leopold, preußischer Hauptmann A. D. Ludwig Franz Karl, gefallen in Spanien bei der Deutschen Legion. Emil Ferdinand Balthasar, Friedrich August Adrian, Wilhelm Ernst, Wilhelmine Friederike, Heinrich Gustav Adolf, preußischer Second, der Leutnant im Leichtengarde-Kavallerie-Regiment. Gottlieb Eduard Theodor, Bombardier der schlesischen Artilleriebrigade. D. Ludwig Franz, Friedrich Augustin, Wilhelm Ernst, 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 Wilhelm Ernst,